Okay, bei dir läuft grad irgendwie alles falsch. Das ist schade. Das ist echt schade. Dann nehm ich'n John rein. Der Lücke-Füller. He, 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 he. John. Äh, die Ilioten. Jetzt ist er schüchtern. I hate you. I hate you, what? Wow. Warum? Da seht der... Alter, was bist du auf einmal so laut? Ich hab' keine Ahnung. Vielleicht bist du leise. Oh, jetzt wird er aber dominant hier im Discord. Natürlich. Dann sieht er was... Dann siehst du was... Natürlich, dann sieht richtig was Dominants. Bang. Hm, ich zeig dir dann auch gerne mal Dominants, mein Freund. Definitiv. Okay, geil. Ich spreche uns also gegen den Discord. Aber erstmal ready drücken, damit wir mal vorankommen hier. Dankeschön. Entschuldige bitte, du hast mir grad noch die Nägel lackiert. Was? Geht ja mal gar nicht. Oben, unten, rechts, links. Boah. Na hallo, die Nägel in der Wand. Welche Farbe? Ja, kennt ihr das nicht, dass man die Nägel in der Wand lackiert? Mhm. Lila, Blassblau anfest, ne? Ah, geil. Dodge. Wow. Wow. Jetzt geht's los. Nein. Bin schon unterwegs. Au. Ich bin auch schon da. Mach keine Sachen. Wow. Du, alles ziehen an der E-Zigarette. Das läuft bei euch echt jetzt mal, ne? Unfassbar. Glaub's echt nicht. WTF, ey. So. John, ready. Los. Ernsthaft. Ne dritte Toolbox. Echt? Jetzt. Hi. So, wieder da. Ich drück euch die Daumen. Dankeschön, Mölfin. Jetzt muss der Kinder nur noch wollen. Nur bei drei Toolboxen würde ich mir als Kinder auch erstmal überlegen, ob die noch ein, ob die Survivors noch alle haben. Und da kam noch von John ein Loot. Der Loot, der tut den 3D gut, sonst der Eevee den 3D hauen tut. Wat zur Hölle ist mit deinem Deutsch los? Dankeschön trotzdem. Und Gina, auch an dich, danke für den Loot. Wusstest du das, 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 das man damals schrieb, ersetzt hat? Ja. Das hast du jetzt falsch gefunden. Oh, 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 oh. Ich dachte schon, Mori, zwei lustig. Ja, mehr Hubs. Ey, weißt du, wir machen's niemand und wer macht mehr Hubs? Tja. Er sieht einfach drei Toolboxen. Muss sich für ihn ja auch lohnen, dann dementsprechend. Da kann ich auch, ja, das klingt allerdings so. Drei Toolboxen, dafür mehr Hubs, ja. So, bin mal Rick und Monty anschauen. Alles klar, dann wünsche ich dir viel Spaß. Danke, dass du reingeschaut hast, Slotty. Viel Spaß dabei. Und lach dich nicht zu sehr kaputt. Schrockplatz. Nice. Okay, also ich bin mal im Ausgang, ich bleib mal direkt hier stehen. Mach mal Gents und so. Äh, ich hab auch. Ich bin auch direkt am Hubs. Bis dann. So, erstmal gucken, ob wir Ruin haben. Ruin. 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 Kann auch ein Hack sein. Ich fehle erstmal. Warum ist die so lange hier ne ne ne? Ist hier ein Totem? Warte mal. Ich glaub bei mir ne 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 ist das Totem. Ja. Das wird ich dir sowieso. Och, der war doch drin. Puh. Und das ist ein Hack. Ja, es ist ein Hack. Hier ist das Totem hier im Schrank. Ja, hier im Schrank. Da wo du rausgezogen wurde. Da wo ich rausgezogen wurde. Genau hier. Sehr schön. Äh, nice. GG. Ja, ich muss euch auch doch ihnen die zeigen. Die kommt. Mhm. Wow. Der hat sich nicht gebottet. Wir laufen nicht mehr. Da ist der Diss. Da ist der Diss. Ja. Sehr schön. Dann geh ich mal zum Totem. Nö. Doch, doch. Weil den kann der blocken. Meins. 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 Aber ich kenn das selber wenn ich Hack spiele. Oder Killer generell spiele. Ich bin dann so im Chase. Dann ist mir das Totem im Endeffekt. Ich vergesse das Totem recht. Ja, nice. Gut. Hoffentlich war es das Richtige. Guck mal, ob... Nein. Nur Grün ist noch drinne. Echt? Ja. Hast du Nerven? Gibt's noch die Acht dabei? Oder wie? Trini, das reicht nicht. Hälfte. Schade. Warten Versuch. Jo. Ich geh da mal weg. Direkt in Gras. Eine Falle. Eine einzige. Okay. Äh, mein Borrow Time ist durch. Ich hab noch. Sie sucht mich grad noch. Sie patrouilliert. Ne, ne, sie sucht mich. Ah. Sie geht Richtung Kaputtes Totem. Hab noch Heartbeat. Kommt wieder zurück. Schaut wieder. Und noch ein Loot von Muggie. M. Dankeschön. Jetzt, 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 jetzt weiss nicht ist wieder random oder da ist noch ein foto irgendwo ne ne sie kommt sie kommt sie kommt sie kommt sie kommt ja irgendwie ja nicht dachte ich hätte gerade was gehört aber wohl nicht sie guckt in die schränke so gib mit ups so triggi ich schaffe mal den lockmodus ein grobhammer ich hoffe wir sehen uns morgen mittag gehe ich mal voraus gute nacht matt schlaf schön schön dass du reingeschaut hast ok schnuck ist hinter mir wenn keiner von euch noch eins gemacht hat was so nicht läuft ok was hast du noch? nerven geht's oder ja? er ruhe ah da müssen wir doch noch das extortum suchen da ist noch eins wer hast du schon weg? drei? mach das weg und dann müssen wir das leuchtboden da jo das wäre das dann nummer vier soo jetzt lösen wir mal die falle kurz aus hier soo und sie kommt instant wieder zu mir und da ist noch mal fünf ich hab yes nice also entweder sie sieht mich wirklich nicht oder sie ignoriert mich nein tut sie doch nicht also schon wie so'n geiler hund auf den wohoo die war net die war echt die war echt net geplaced sekund und da ist es und zwar weg egal es hat noch ne grüne toolbox ja da vorne war auch noch ne öste ja ach da hinten trete ich mit dir rum ja ja wie sie einfach weg geht ja du bist doch fast weggekommen ja du bist doch fast weggekommen ich krieg so'n facecamper gleich nice oh die wird richtig sauer gerade ja sie macht bloodlust ja das nächste mit toolbox hallo ich kann meine weiter nicht füßen weil sonst wecken ja meine ist noch bisschen über die hälfte ja ich hab nur ne braune dabei ist ich hab ne grüne dabei ja den hab ich verdient war dumm hier geradezu ist einer hier ist eigentlich auch ok hat mich wieder verloren wenn du weiter nach links läufst kommst du zu zum generator du ich will nicht schüchtern und so kappa ich schädig ich schädig richtig auch hm 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 ja ja mit dir hab ich selfcare so ist nicht hm 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 Du hast ja aber schon viele Paletten gewastet, wirst du? Was? So, by the way? Willst du mich trollen? Ich habe insgesamt drei Paletten verballert! Hallo, Hack! Stimmt nicht, vier. Die Scheißauspalette und hinten in der Ecke, wo ich die ganze Zeit mit dir war, habe ich drei Paletten verballert. Haha! Entschuldigung. Ich kann nichts mehr weiter blocken, kannst du knicken, Junge. Ich hab's nie... GG! Nimm... Nimm das Fenster! Hi! Dankeschön! Ja, ich bin schüchtern! Volle Suppe und so! Dankeschön! Was machst du denn da, Mensch? Sie hat mich gesehen, GG! Ich bin kommin! Haha! Sie hat gedacht, du hinkst da noch! Ich bin nicht dumm, Bitch! Alle drei blocken! Das ist die Frage, wo sie hin will! In das Basement, natürlich! Wow! Ernsthaft, Gina? Wow! 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 Wuhu! Wuhu! Jetzt gibt's Party! Ich wollte eigentlich zwei Stacks haben, aber ich habe nur eingeschriegt. Jetzt hält es die Gina auf. Äh, John, jetzt nochmal schnell blocken! Jetzt nochmal schnell blocken! Ah, zu spät! Dreh die Helfer! Zu spät! Zu spät! Zu spät! Zu spät! Verdammt! Run! Baby, run! Verdammt! Bin noch weg! Oh, sie macht keine Falle, hat sie keine Zeit! Oh! Ja, sie ist ein bisschen gestresst, glaube ich, wegen uns! Ich habe noch Borrowtime! Ah, den zu! Schieße! Schieße!